Musik Schwimmvereine bewegen Familien, Familien bewegen den Schwimmverband. Ziel des Projektes war es, familienfreundliche Angebote für Schwimmvereine zu entwickeln. An den vier Teststandorten Hamburg-Mainz, Wernigerode und Schwäbisch-Gmünd wurden je zehn Aktionstage, die sogenannten DSV-Family-Treffs, durchgeführt. Die Basis dieser Aktionstage bildeten Module wie gesundheitsfördernde Bewegungsangebote im Wasser, zum Beispiel Aquafitness, Schwimmenlernen und das Teamspiel Aquaball. Dank des Projektes ist es uns gelungen, dass unsere Vereine nicht mehr nur ausschließlich als reine Schwimmvereine wahrgenommen werden, sondern auch als Orte für Spaß und Bewegung mit der gesamten Familie. Die verschiedenen Module wurden durch vielfältige eigene Angebotsideen ergänzt und ließen so jeden Aktionstag zu einem individuellen Erlebnis für die Familien werden. Wir kommen fast jeden Sonntag hierher, also ich und meine Familie, wir lernen hier schwimmen und es macht uns sehr viel Spaß. Zwei Generationen, ein gemeinschaftliches Erlebnis im Wasser. Schwimmvereine bewegen Familien, Familien bewegen den Schwimmverband. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017